Vielleicht empfindet ihr es genauso wie ich. Unsere aktuellen Politiker scheinen intellektuell völlig unterbemittelt zu sein. Oder sind sie einfach nur böse? Unser Verteidigungsminister Boris Pistorius zum Beispiel behauptet, Putin hätte immer wieder betont, dass er nach der Ukraine weitere Länder angreift, eine Behauptung, die jegliche Grundlage entbehrt. Ein Robert Habeck lügt uns täglich dreist ins Gesicht, unsere Klimabilanz sei jetzt dank ihm supi und verschweigt dabei, dass es nur am Rückgang der Industrie liegt. Agnes Strack-Zimmermann schreit wie ein Fußballprolet über Marktplätze, beleidigt ihre Zuhörer und behauptet dreist, Putin würde täglich 400.000 Menschen töten. Täglich. Und fabuliert von russischen Folterkeller für Kinder. Du wärst schneller im Knast, als du gucken könntest, weil du naiv bist, weil du gar nichts mehr auf die Kette bekommst. Und Alalena Blender-Baerbock. Die besucht Länder, die hunderttausende Kilometer entfernt sind. Und über ihre präsidentenlose Angriffe brauchen wir gar nicht reden. Die Liste ließ sich endlos fortsetzen. Lauterbach, Faeser, Göring-Eckardt, Scholz, alle verbreiten Desinformationen, der lassen entscheidende Details weg. Reden Unsinn oder Lügen so, dass selbst Kleinkinder es merken könnten. Aktuell erleben wir in Deutschland eine unvorstellbare Lügenpropaganda unter dem Vorwand einer Gefahr von rechts. Eine Massenhysterie, wie man sie in Deutschland noch nicht erlebt hat. Hunderttausende gehen auf die Straße und demonstrieren für den Erhalt der Demokratie und gegen rechts, so als ob die Demokratie von Menschen, die politisch rechtsverordnet sind, in Gefahr wäre. Nur politisch linksverordnete sind scheinbar ein Garant für den Erhalt der Demokratie. Doch tatsächlich stellen die Hunderttausende, die auf die Straße gehen, die Demokratie selbst in Frage, denn ihr Protest richtet sich alleine gegen eine demokratisch gewählte Oppositionspartei, die AfD. Erstaunlich, wie leicht sich die Massen für die aktuell regierenden Parteien als Wahlhelfer missbrauchen lassen. Warum glauben diese Menschen den Schwachsinn, dass alle Demokratiefeinde sind, die gegen die Ampelregierung sind? Wer sind die wirklichen Demokratiefeinde? Benjamin Gollme von Basta Berlin beantwortet diese Frage in einer Wutrede treffend. Und jetzt erkläre ich euch mal, warum die da oben glauben, dass das alles Demokratiefeinde sind, die gerade unzufrieden sind. Wir haben da zunächst mal Dinge, die uns unzufrieden machen. Zum Beispiel eine einzige politische Maßnahme. Das kann die Wärmepumpengeschichte sein, das kann Covid-19 sein, das kann Migrationspolitik sein. Und da sind wir schon mal richtig unzufrieden. Und langsam wird es hier schon eng. Und dann merken wir, das sind ja nicht nur die Grünen, das ist nicht nur die SPD, das ist auch die CDU. Das sind ja irgendwie fast alle Parteien, die da mitmachen. Und es wird immer enger. Und dann fällt uns auf, das sind ja nicht nur die Parteien, auch die Medien, auch die haben ja so in etwa berichtet. Und dann fällt uns auf, das sind ja nicht nur die Parteien, das sind nicht nur die Medien, das sind ja auch noch die Verbände, das sind ja die Gewerkschaften, das sind ja die evangelische Kirche, das ist ja die katholische Kirche. Und dann fällt uns auf, das sind ja auch noch die NGOs, da ist ja auch Greenpeace dabei. Und dann fällt uns auf, dass da auch noch Korrektiv dabei ist und wer hat den Korrektiv bezahlt. Und auf einmal ist das ganz eng. Und wir merken, das ist alles miteinander verbunden und das lässt sich nicht mehr auflösen. Und das hier ist es, was sie Demokratie nennen. Diese Gruppen zusammen nehmen wir auf einmal als eins wahr. Das bedeutet, die sind alle in einem System drin. Und das bemerken wir. Und dagegen sind wir. Und die behaupten dann, dass wir gegen die Demokratie sind. Weil das, was sie hier gebaut haben, die Demokratie ist. Aber das ist nicht die Demokratie. Die Demokratie ist das, was wir fühlen. Die Demokratie ist das, was wir sagen wollen. Das ist das, was wir schreiben. Das, was wir veröffentlichen. Die Demokratie ist unser Körper. Und darüber, dass wir darüber entscheiden dürfen. Die Demokratie ist tatsächlich doch ein Stück weit das Grundgesetz. Und genau dagegen habt ihr verstoßen. Und weil wir auf einmal die Augen aufmachen und merken, dass die Millionen von dort nach dort fließen, dass alles miteinander verschränkt ist, nennt ihr uns Demokratiefeinde. Wir sind genau das Gegenteil. Ihr seid die Feinde der Demokratie. Das sage ich Woche für Woche. Und heute habe ich es gemerkt. Richtig. Basta Berlin. Danke, Benjamin. Und ich hoffe, dass immer mehr erkennen, wo die wirklichen Demokratiefeinde zu finden sind und wer die Menschen täuscht, besonders die vom Bündnis Nutzlos, die Grünen, die uns das Auto mit Verbrennermotor verbieten oder den Fleischgenuss und Flugreisen einschränken wollen, um das Klima zu retten, sind an Heuchelei und Lügen kaum zu übertreffen. Das beste Beispiel liefert uns unsere Außenministerin Annalena Baerbock. Anfang Mai 2024 besuchte sie das kleine Dorf Togoro an der Südküste von Fidschis Hauptinsel Vitilevu und natürlich auf Staatskosten. Mit ihrer Flugreise wollte sie auf die dramatischen Folgen des angeblich menschengemachten Klimawandels aufmerksam machen. Doch wie wir gleich sehen werden, handelte es sich um eine reine Propagandareise auf Staatskosten, wie uns die einheimische Bevölkerung, aber auch anerkannte Wissenschaftler bestätigen. Dieser Ort und der versunkene Friedhof in Togoro sind seit Jahren ein regelrechter Wallfahrtsort für die internationale Klimawandel-Sekte mit ihren Presse- und Politikvertretern, um für den angeblich von Menschen verursachten Klimawandel Stimmung zu machen. Natürlich will auch unsere Außenministerin Annalena Baerbock diese Form psychologischer Erpressung nutzen und die Klimalüge für die grünen Ideologen bestärken. Was die Klimakrise bedeutet in all ihrer Brutalität, das hier war mal ein Friedhof. Hier lagen viele, viele Familien begraben und heute ist dieser Friedhof nur noch Mahnmal dessen, was die Klimakrise anrichtet. Wer selbst einmal die Fidschis anfliegen möchte, natürlich auf eigene Kosten, wird sehr schnell erfahren, dass nicht der Meeresspiegel steigt, sondern die Fidschi-Insel sinkt, wie dieser Bericht zeigt. Aber ist das wirklich der Klimawandel und der steigende Meeresspiegel, der hier als Grund für die Erosion des Küstenabschnittes verantwortlich gemacht wird? Ich war zufälligerweise im vergangenen Dezember selbst vor Ort und habe das Dörfchen Tongoru besucht. Dort traf ich Barney Dunn und seine Familie, deren Haus sich nur wenige Meter vom besagten Strand entfernt befindet. Die Anwohner sind mittlerweile schon ziemlich genervt über die ständigen Presse-Invasionen, aber Barney zeigt mir trotzdem die Gegend und auch den berühmten Friedhof seiner Vorfahren aus dem 19. Jahrhundert, der sich bei Flut nun anderthalb Meter unter Wasser befindet. Was weiß er über die sinkende Küste vor seiner Haustür? Nun, wenn man den Aussagen der NGOs Glauben schenken möchte, die für uns auch Kurse und Workshops anbieten, dann sind wir Menschen angeblich daran schuld. Wir tun wohl viele Dinge, die wir besser nicht tun sollten. Also, wie es aussieht, glaubt Barney Dunn, ein einfacher Fischer, der das Meer und die geologischen Hintergründe der Fidschis und des Küstenabschnitts seines Heimatdorfes Toguru kennt, nicht so richtig an den Klimawandel. Deshalb bieten die NGOs ja auch Kurse für die Bevölkerung an, um sie in Sachen Klimawandel zu schulen. Okay, das sagt doch eigentlich schon alles betreffend Glaubwürdigkeit der Klimasekte. Natürlich haben auch die Einheimischen ihre Experten, die der Baybock-Delegation das erzählen, was sie hören will. Diese Menschen sind ja nicht dumm, schließlich geht es ja um Spendengelder. Und Geld können diese armen Länder gut gebrauchen. Sie wissen, Deutschland gibt viel Geld aus, um die Klimalüge aufrecht zu erhalten. Selbstverständlich, dieser Experte der Fidschis bestätigt, der Klimawandel ist schuld. Was anderes wollte Annalena ja auch nicht hören. Und so ist ihr Tag gerettet und die eingesetzten Steuergelder haben sich in ihren Augen gelohnt. Tatsächlich jedoch ist der Meeresspiegelanstieg hier völlig inkonsistent, beziehungsweise widerspricht den offiziellen Zahlen. Schon seit den 60ern steigt hier das Wasser. Und, erstaunlich, nur hier, um anderthalb Meter. Das bedeutet, wir haben es hier, an dieser Stelle, mit einem durchschnittlichen Anstieg von über 20 Millimetern pro Jahr zu tun. Dieser Anstieg übertrifft damit sogar die offiziellen Angaben der Klimaverfechter von 3,7 Millimeter pro Jahr um mehr als das Fünffache. Kann da sein? Kann der Meeresspiegel auf der einen Seite der Insel steigen, auf der gegenüberliegenden Seite aber sinken, so wie es auf den Fidschi-Inseln der Fall ist? Wer lügt denn hier? Wer benutzt bestimmte natürliche geologische Gegebenheiten für sein Narrativ aus? Baerbock scheint das zu glauben. Sieht man, was die Klimakrise bedeutet. In all ihrer Brutalität. Das hier war mal ein Friedhof. Hier lagen viele, viele Familien begraben. Und heute ist dieser Friedhof nur noch Mahnmal dessen, was die Klimakrise anrichtet. Vor 30 Jahren wuchs hier noch überall Gras. Es ging also wirklich sehr schnell. Besonders hier in Togoro. Aber dieses Szenario beobachten wir nicht überall auf Fidschi, sondern nur hier in Togoro. Innerhalb von 30 Jahren stieg der Meeresspiegel hier auf Togoro um 46 Millimeter. Das ist es viel mehr als der globale Durchschnitt von 25 Millimeter Anstieg pro Jahr. Halten wir fest, was diese einfache Frau von Togoro hier sagt. Aber Baerbock möchte das eigentlich so nicht hören. Warum steigt der Meeresspiegel nur an dieser einen Stelle auf den Fidschi? Kann das sein? Nein, wenn man das Narrativ-Klimawandel zugrunde legt. Aber ja, wenn man die wahre Ursache zur Kenntnis nimmt. Dann macht die ganze Geschichte Sinn. Sinn macht die ganze Geschichte allerdings, wenn sich Baerbock mal mit den geologischen Prozessen in Fidschi beschäftigen würde. Denn wenn man sich mal die tektonische Situation vor Ort anschaut, könnte es einem wie Schuppen von den Augen fallen. Fidschi liegt im pazifischen Feuerring. Und zwar als eigenständige Platte zwischen der pazifischen und der indo-australischen Platte. Ein Blick in wissenschaftliche Untersuchungen der tektonischen Gegebenheiten in der Region, hier mal eine Studie der Universität in Canterbury, Neuseeland, zeigt deutlich, wie tektonisch fragil die gesamte Gegend ist. Da sich die pazifische Platte mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 8 Zentimetern pro Jahr unter die indo-australische schiebt, kommen wir hier den Größenordnungen von über einem Meter in 50 Jahren schon viel näher, als wenn wir ausschließlich den Meeresspiegelanstieg dafür verantwortlich machen. Aber schon seit der Corona-Pandemie wissen wir, Wissenschaft und Evidenz zählen nur, wenn sie auch ins grüne Narrativ passen. Und wenn das nicht passt, dann wird es eben passend gemacht. Und Annalena Baerbock weiß, dass sie damit bei der geneigten Wählerschaft zu Hause durchkommt. Was die Menschen mir hier mitgegeben haben, ist Dankbarkeit für die Unterstützung, aber vor allen Dingen der Auftrag. Seht dieses Mahnmal, seht unsere Gräber. Wenn ihr nicht wollt, dass das auch eure Zukunft ist an anderen Orten auf dieser Welt, dann tut endlich alles, dass wir gemeinsam die Klimakrise in den Griff bekommen. Aber vor allem sollte man mehr dafür tun, dass in den Bildungseinrichtungen Deutschlands mehr kritisches Denken und gesunder Menschenverstand gelehrt wird. Das Dorf liegt an einer Bruchlinie. All dies ist den Leuten vor Ort bestens bekannt. Nur dürfen sie nicht mit der deutschen Außenministerin vor die Kamera darüber ehrlich sprechen. Als Fischer besitzt der einheimische Barney Doon auch herausragende Kenntnisse der lokalen Unterwassertopografie. Zwischen der Kandawu-Platte und der Vitilewu-Platte gibt es irgendwo in der Mitte eine Bruchlinie. Also sinkt das Land ab. Dadurch werden die Küsten von Kandawu und die Ostseite von Fiji beeinträchtigt. Barney spricht vom Suwa-Becken, einer Verwerfung, die durch die sogenannte Hunter-Bruch-Zone verursacht wird, an der sich die pazifische Platte unter die Fiji-Platte schiebt und dabei küstennahe Regionen absinken lässt. Selbst die Geschwindigkeit der Absenkung von ca. 8 cm pro Jahr wäre also zeitlich konsistent mit dem zu beobachtenden Phänomen. Dieses von Baerbock inszenierte Symbolbild für den Klimawandel hat also nichts mit dem Anstieg des Meeresspiegels zu tun. Vielmehr sollte es für uns eine Warnung sein, in welchem Ausmaß Politik und Medien die Einfältigkeit von Teilen der Bevölkerung in ihrem Sinne missbrauchen. Das heißt, Emissionen senken, das heißt, endlich auf den 1,5 Grad Fahrt zu kommen. Symbolisch ist das Bild aber letztendlich doch. Es ist ein Grabmal für das logische Denken, für das Deutschland einmal weltberühmt war. Dieser etwas längere Ausschnitt belegte, wie uns die Ampelpolitiker belügen, damit wir ihre Klima-Agenta, die sie mit Behauptungen, die jeder Grundlage entbehren, akzeptieren. Aber man ist immer wieder überrascht, wie abgebrüht und eiskalt manche Politiker sind. Was da aktuell für charakterlose Unmenschen an der Regierungsspitze in Deutschland sitzen, die sich für nichts mehr zu schade sind und das Leid und die Not anderer Menschen eiskalt ausnutzten, um die eigene beschissene Agenda voranzubringen, ist einfach nur widerlich. Ein besonders abscheuliches Beispiel dafür liefert Habeck im Zusammenhang mit dem Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fiko in seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag. Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Erlauben Sie, mit einer Vorbemerkung anzufangen. Ich sage das mit Bedacht nach dem Redner einer Partei, die nun auch gerichtlich ein gesicherter, rechtsextremer Verdachtsfall ist. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fiko ist gerade niedergeschossen worden. Ich sage das deswegen, weil wir wissen, dass aus Worten Taten folgen. Und dass diese Taten dann meistens eine geistige Vorbereitung haben. Wir sollten, denke ich, diejenigen, die sich dem demokratischen Spektrum zugehören, durchführen, unsere Worte sorgsam wegen. Ja, ihr habt richtig gehört. Robert Habeck hat sich im Bundestag erdreistet, die AfD mit dem Attentat auf den slowakischen Premierminister Robert Fiko in Verbindung zu bringen. Seine Aussage hat er so formuliert, dass man zu dem Schluss kommen muss, die AfD habe eine Mitverantwortung. Wie kann sich ein Wirtschaftsminister hinstellen und das Attentat auf das Staatsoberhaupt eines anderen Landes missbrauchen, um die politische Opposition zu diskriminieren? Haben diese Leute überhaupt keinen Anstand mehr? Ich meine, so ein Verhalten ist nicht nur anstands- und charakterlos. Es ist vor allem auch staats- und rufschädigend. Er liefert damit den Beweis, was für Charaktere an der deutschen Staatsspitze stehen, die sich mit ihren Verbündeten aus den Mainstream-Medien selbst als moralisch erhaben darstellen. Doch es gibt immer wieder Momente, da entlarven sie sich selbst und beweisen, dass sie in Wirklichkeit eiskalte politische Akteure sind.